ja eines kleinen telefonatus später muss ich sagen willkommen zurück bei einer weiteren folge dark souls 3 entdecker edition es geht hier sehr tief runter ich weiß nicht wie viele meter wie über dem Meeresspiegel sind wir haben hier letzte folge einen gang von den raten also durch die ratten gefunden wir versuchen jetzt weiter runter zu kommen ich hoffe ich ver... na du kleiner nein ihr kleinen ich hoffe ich verreck hier nicht aber ich weiß immer noch nicht wie viel schaden die fort machen nicht sonderlich viel okay gut ich dachte der shortcut wird ein bisschen anstrengender zu bewältigen sein stimmt ja da war ja ein hund sollte ich weg machen nicht dass ich ihn vergesse genauso den habe ich nämlich jetzt schon vergessen als ich aber die leiter hoch ging da lang das war vorhin aber nicht da Hammerschlag und Feuerklang sind des Schmiedes Warmerdrang. Keine Ahnung. Es gibt doch so ein Lieds. Hammerschlag und Eisenklang sind des Schmiedes... Es ist die... Hä? Hä? Okay, scheinbar war die Fehler am Platz. Okay. Gut, dann müssen wir wieder da durch. Ich brauch mal Wurfmesser, glaube ich, oder? Oh. Wow. Aha. Hallo? Die werden gleich beide getriggert. Genau. Oh. Nein. Geduldiger junger Padawan. In der Ruhe liegt die Kraft. Nein, 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 nein. Das war sehr knapp. Aber wo ist der andere abge... ...blieben? Hä? Ist das schon wieder runtergefallen? Hä? Okay. 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 Oh, ja. Okay. Ja gut. Bei denen muss ich nicht bekämpfen. Lass. Ich lass das mal. Sieht nur alles unnötig in die Länge. So, gut. Was ist das denn typisch in der Käuze? Was ist das denn typisch in der Käuze? Wie sieht das denn aus? Ja, kaum kenne ich ihn, schon drehe ich ihm den Rücken. Okay. Okay. Wow, sehr selblich Grafik. Ja, man. Äh. Hallo? Reden. Hm. Noch ein unentfachter also. All die Gesichtslosen und Toten. Sie nehmen euch. Sie meinen euch Respekt schuldig. Nein? Hm. Wenn ihr einen Funken verstand habt, sucht euch einen Sarg und bettet euch darin. Wie ihr in diesem Land der Höhlen seid ihr wie eine zerbrechende Schirrung vor an der Front. Okay. Wenn ihr wie die anderen meint den Meister spielen zu müssen, dann nur zu. Stapft durch die verlassenen Kirche. Sie sind tot und auf euch warten. Kein schöner tot. Kein schöner tot. Genug tot um euch ein ein ums andere mal zu brechen. Hm. Eigentlich was für die anderen meint den Meister spielen zu müssen. Dann nur zu. Stapft durch die verlassen Kirche. hoffnungslos, alles von euch kleid deine kleine Wörter in die Flamme ich will deine Stimme hören na, was sollen wir denn sonst machen, wir sind an das Feuer gebunden ja, wenn ich's meinem Ernst, was machst du denn hier mein Mess spielen zu müssen da da rein ich geh erstmal da lang, okay eins nach dem anderen okay öffnen es steht von dieser Seite nicht öffnen ich muss da durch ok dann ab da durch, würd ich mal sagen schluck 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 Wird ihr hier an einer weißen Birke vorbeigelaufen, um in einem Großfeld getroffen zu werden? Ja, und wenn ich mich nicht irre, stammelt es im Turm. Ja! Wäre es auch Selma, ich kann sicher vernünftig mit ihm reden. Ich muss einen Weg hinauf finden und genau das ist das Problem. Der Fahrstuhl fällt nur hinunter, seht ihr? Ja, das bringt mich nicht voran. Hm. Hm. Okay. Der Fahrstuhl fällt nur hinunter, aber hm. Ich muss ein bisschen aufwärmen, irgendwann. Nein. Nein. Ich muss meinen Kopf kurz denken. Hm. 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 Okay, sehr viel. Hier ist ein Hebel, ich wollte schon sagen, drehen doch oben, aber scheinbar geht das nicht. Äh, hab ich? Ich kann mich auch täuschen, aber ich glaube da auf dem Fahrstuhl gab's... Äh. Guten Tag. Gab's... ...Metall? Oh Alter, was ist denn da für ein Wurst und überhaupt? Das sieht jetzt irgendwie dick aus. Ist das Metall oder ist das... Ich glaube das ist Metall, oder? Keine Ahnung. Äh. Hoch. Was sollst du jetzt so sagen? Nix. Okay. Okay. Reden. Ich würde gerne in andere Leute gemächern haben. Wie? Sehr schicklich. Hä? 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 Ah. Er hat das euch angetan. Wie? Ja hier ist Hobson und Mats Valora. Könnt ihr nicht einmal Feuerhüterin werden? Von wem redest du? Ja ja ja, glaub ich mir. Wie? 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 Okay, dann... 12 Minuten ab da runter würde ich mal sagen. Ja. Ja. Okay, die klappt. Okay, die klappt. war noch sonst. Die spielführende Raum. Vielleicht musst du runter um hoch zu gehen? Was bist du nun? Bist du die blaue, die blauäugige Version von Sauron? Bist du der kleine Bruder von Bord oder was? LOL Ja, abrieren. Okay, alles klar. Mhm. 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 Ah ja. Oh, da kann ja Menschchen machen. Nein, komm. Ja, komm mal her. Nein, 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 nein. Komm her, komm her. Ja. Ja. Jawohl. Gut. Gut machst du das. Nein. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Jawohl. 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 Gut machst du das, guter Junge. Ach komm. Nein, Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Ja, na ja, na ja, ja. Nein, au. Nein, ja, 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 ja. Nein, au. Nein, au. Nee, na frie rum. Okay, die Taktik soll sich vielleicht lieber lassen. Boah. Schwarzhandtut. Ja, der Titel Schwarze Hand wurde denjenigen Jägern verliehen, die vielen Königsgenerationen gedient haben. Ui. Okay, 17 Minuten. Komm, ich versuche es nochmal. Ui. Kann ich eigentlich parieren? Oh, ich schiep mal. Kann ich hier? Ah, die Nase juckt. Okay. Ah, da kommt der Dogo. Der Hund. LOL. Let's up. Okay. Ah, jetzt muss ich wieder da durch. Jetzt ist der Hammertyp hinweg. Boah, Junge. Jetzt ist die Dicke Frau auch weg. Hä? Strange. Einfach nur strange. Gut, dann... Kommt her. Okay. Okay. Dann kommt her. Ah, hier ist der zweite auch Aktiv-Corona, toll. Oh, da ist was getroppt. Ah, meine linke Fange juckt. Nein, das war zu blöd von mir. Und du auch finischt. Abfall. Hä? Ja, du hast Abfall sicherlich ohne Nutzen. Okay. Okay. Nach 21 Minuten schon. Okay, folgendes. Äh, ich bleib hier stehen. In der nächsten Folge schauen wir uns weiter diesen Typ wieder an. Der da unten scheinbar der kleine Bruder von Ward ist. Der flinker und... Ich weiß nicht, ob er mehr aushält. Der flinker ist, aber... Genauso gut austeilen kann. Äh, ja. Tschüss und freut euch schon auf den nächsten forstigen Eiskampf. Tschüss. 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 Tschüss.